good evening evening hi hier bin ich wieder ich hatte ja versprochen ich würde noch vor silvester kommen nee 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 ich war mal wieder krank ich hatte pünktlich am zweiten weihnachtstag lag ich flach meine mutter war krank ich war krank und es ging gar nix flach ich war wirklich außer gefecht gesetzt ganz ehrlich ich war außer gefecht gesetzt und jetzt geht es mir besser und ich habe ja du musst jetzt unbedingt ein video machen und allen herzlich mal herzlich mal allen mal groß neues ist ja jetzt schon etwas älter das neue aber wir sind guter dinge 2017 hat gestartet und wir können jetzt loslegen ich hoffe dass 2017 besser wird als letztes jahr und ich habe ein gefühl dass es besser wird ich habe das da drin es wird einfach besser werden ja warum sitze ich hier weil ich habe mich einfach mal die andere seite gesetzt weil ich hier mehr platz habe zum rumlegen weil auf meiner couch ich habe nicht viel platz da muss ich mich immer bücken und hier habe ich einfach mehr platz genau ja womit fange ich an ja unsere gewinner socken im wie hieß denn die gruppe jetzt das große socken stricken wer hat gewonnen die angelika die angie hat gewonnen mit diesen socken wenn ich es jetzt fertig gebracht habe es reinzusetzen seht ihr die socken hier wenn nicht am anschluss des videos dann hat die angie gesagt ja ich habe aber schon so viel wolle ich möchte keine wolle haben aber den haken möchte sie haben weil oli hat ja den haken gespendet für unsere truppe und da habe ich ja kein problem angie dann geben wir das dem zweiten platz und auf dem zweiten platz waren zwei leute das war die dacma und die medin und die bekommen jetzt den zweiten preis das heißt die wolle die haben sich tierisch gefreut und die socken waren alle aber wirklich alle super schön leute also es ist keiner ein verlierer jeder hat es geschafft seine socken fertig zu haben nur ich nicht ne ich natürlich nicht ja und jetzt haben wir die gruppe ja behalten sie heißt jetzt socks in the box und das ist eine tolle truppe deshalb wollte ich sie nicht löschen weil die sind so lieb zueinander und ich finde das ist so motivierend weil jeder mag im grunde socken stricken aber man verschiebt das immer so man nimmt immer andere projekte dazwischen und irgendwie bleibt dann das socken stricken legen und so sind wir motiviert jeden monat ein paar socken stricken ob jetzt für sich selber oder schon als geschenk ich werde nur geschenke stricken also dass wirklich an weihnachten jeder mal neue socken kriegt ja genau und in socks box in the box braucht ja jeder eine kiste ich habe mir diese kiste hier besorgt ist nichts spektakuläres eine ganz einfache kiste aber ich finde sie sollte ja auch als deko in die wohnung passen deshalb fand ich diese sehr toll passt sehr gut zu meiner einrichtung und deshalb habe ich mir diese dann gekauft da werden jetzt alle socken reinkommen ich hoffe ich schaffe mehr als zwölf aber ich hoffe auch dass ich mal die zwölf schaffe ich wollte natürlich mehr weil ich wollte meine mutter besorgen mein vater besorgen mein bruder besorgen und meine schwägerin besorgen das sind vier und vier geteilt durch zwölf das wären drei socken an die omi noch die omi jetzt hatte ich die fast vergessen die omi wollte ich noch besorgen und mit zwölf geteilt durch fünf das funktioniert nicht also müsste ich schon ich wollte schon drei socken pro kopf machen das heißt 15 socken ist mein plan ob ich das natürlich so hinkriege so dann wurde ich angefixt ich habe mich gewährt leute ich sage euch ich habe mich echt gewährt mit händen und mit füßen ich habe mich gewährt ich habe gesagt nein 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 ihr kriegt mich nicht ihr kriegt mich nicht ihr kriegt mich nicht und ihr habt mich gekriegt ich bin schwach geworden ich bin im grunde schwach geworden als ich ellis stellenkissen da hat es mich erwischt ich wollte auch ein stellenkissen haben ja und ich habe schon fertig ich war ja krank da ging nichts mit viel rausgehen ich war zu schwach ehrlich ich war dieses mal so schwach und schlapp also ich habe alle zwei stunden habe ich mich hingehauen zum schlafen gott sei dank arbeite ich noch nicht ne gott sei dank ne ich weiß nicht ob ich mich so zur arbeit hätte schleppen können da hätte ich muss dann wäre ich auch vielleicht gegangen und dann stellenkissen ja stellenkissen ich habe dann auch mein stellenkissen gemacht ich habe mein stellenkissen auch aussockenwolle gemacht ich wollte erst mal ganz einfach halten weil ich natürlich auch wieder möchte dass es in meine wohnung passt weil es hier nicht so viel buntes gibt habe ich noch nichts buntes gemacht aber ich werde es wird nicht mein letztes stellenkissen sein bestimmt nicht und ich zeige euch jetzt mein stellenkissen ist mein stellenkissen nicht schön das ist auch das ist sockenwolle das ist regia irgend so ein grau mit weiß meliert und die spitzen habe ich in blanc cassé gemacht und in der mitte habe ich so das ist richtig gut puffig in der mitte habe ich dann einen knopf gemacht auf beiden seiten dicken schwarzen knopf und ich finde mein stellenkissen genau und die anleitung am anfang puh hatte ich auch schon so meine schwierigkeiten mit zwei maschen auf pro fünf nadeln es ging es ging ich habe ich habe so gemacht weil ich hatte auch so nadelsalat ne irgendwie kriegte ich das nicht in die an in die reihe und da habe ich einfach zehn maschen auf eine nadel gemacht ich habe eine reihe drüber gestrickt und dann habe ich sie aufgeteilt auf die andere nadel und das ging wesentlich besser genau dann irgendwann hatte ich einen ganz guten tag da fühlte ich mich recht gut und da war ich einkaufen mit mutti mutti musste einkaufen und da sind wir einkaufen gegangen wir beide das war wir waren ein super team wir haben gehustet wir haben geschnauft wir sind dadurch dieses große maul gelaufen also wir waren also wir haben bestimmt super ausgesehen wir waren mit so einer nase immer am husten ganz schlecht egal wir fühlten uns aber recht gut und sind dann trotzdem hin und da habe ich schuhe gefunden jetzt denkt ihr euch bestimmt aber ich muss es euch zeigen ich habe diese schuhe gekauft diese booties das sind skitjas die waren herabgesetzt auf 25 euro die mussten natürlich sofort mit warum zeige ich sie euch weil ich genau die gleiche wolle hatte wie diese schnürsenkel mein papa hat gemeint das wären so fast nachts bänder weil ich dann genau die gleiche wolle hatte habe ich mir dann genau die gleichen stunden dazu gestrickt könnt ihr sehen die passen doch perfekt ne also es ist auch grün drin ich weiß nicht ihr seht das grün hier wahrscheinlich nicht auf jeden fall ist da grün mit drin genau ich habe mir genau die gleichen stunden fußstulpen für meine schuhe gestrickt toll ne ja alles für die schule ne man muss ja top aussehen wenn man zur schule ich weiß immer meine mama hat uns immer neu eingekleidet wenn wir zur schule gegangen sind das hat mich immer tierisch gefreut ne weil ich muss was trinken weil ich bin am vertrocknen dann habe ich meine vodos fertig die sind in meiner golden kiste ich habe meine vodos fertig ich nehme jetzt nicht alle raus ihr habt ihr schon jede menge gesehen meine zwölf vodos liegen in der kiste fertig fertig für jeden mein lieblings vodos ist dieser hier mit diesem knopf ich finde ihn hervor irgendwie möchten die arme nicht rund unten bleiben aber den mag ich am liebsten aber das sind jetzt meine vodos die sind fertig die können dann auch mit zur schule zwölf vodos fertig 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 ich bekam auch was geschenkt ich bekam ganz viel geschenkt ich hatte gewischt mit den schwedenbomben meine wischtelmama war die steffi und ich habe ganz ganz viel bekommen weil ich habe zweimal was bekommen war nämlich so sie hatte ihr päckchen abgeschickt und es kam einfach nicht an es donnerstags also der donnerstag vor heilig abend da war das päckchen immer noch nicht da und sie hatte solche angst weil wir schon montags darüber gesprochen haben dienstags mittwochs kam nichts da hat sie noch ein päckchen geschickt und was ist passiert ich bekam am freitag das richtige päckchen und an heilig abend das zweite päckchen ich habe zwei päckchen bekommen aber ich habe das schon alles so verteilt und sie weiß auch wo alles hingekommen ist und so und es war richtig toll wir haben uns private videos geschickt ich glaube nur marco hat seins online gestellt glaube ich aber alle anderen haben wir haben das privat gehalten für uns und das ist auch gut so genau die liebe gritta hat mir auch was zu weihnachten geschickt aber ab etwas möchte ich euch noch zeigen von steffi auch ein selbst gedrechselter haken das ist ja ganz das ist ja voll Sonjas sache ich liebe ja solche sachen und mit dem von oliver häkel ich immer noch ein genuss sage ich euch die liebe gritta von brandys kreativ shop hat mir dann auch was schönes geschickt für weihnachten danke danke hätte aber echt nicht müssen sein aber sie hat mir ein wunder wunder wunderschönen bobel geschickt ich zeige ihn euch mal ist der nicht schön da freut man sich doch schon aufs Sommer ist der schön ich hoffe jetzt wenn ich die Farben ein bisschen einstelle weil die Farben sind nicht ganz so also es ist nicht so lila es ist eher weinrot mal gucken wie es jetzt rüberkommt wenn ich wenn ich jetzt so näher komme seht ihr es besser vielen vielen dank dabei hat sie mir noch jede menge jede menge schaut mal das sind alles Maschenmarkiere die die Sonja gut braucht weil die Sonja verschluselt ihre ja immer ich muss das Gesicht weg machen sonst kann er nicht Kamera ehrlich jetzt ich krieg die Krise mit dieser Kamera warum fokussiert diese Kamera nicht also mehr Licht kann ich nicht anhaben ich hab hier Studiobeleuchtung Studio Beleuchtung Menno jetzt ein einziges Ding das kriegt er fokussiert dann war noch was ganz tolles dabei das finde ich ja nicht mal mega klasse das ist ein Reihenzähler am Anfang hab ich ja was ist denn das das ist ein Reihenzähler den kann man sich so auf den Finger machen und dann immer drauf drücken weil man eine Reihe beendet hat das ist digital und man kann es wieder zurück auf null setzen ganz toll ganz toll super ja hab mich tierisch gefreut so was hab ich angeschlagen ich habe angeschlagen meine Januarsotten ich hab mich angeschlagen aber erst kurz ne kurz ehe ich das Video hier gedreht hab hab ich sie angeschlagen aber auch ganz viel Neugierde war da weil das ist eine Färbung von Daryl auf Facebook Bobby Q und ich wollte gucken wie die sich ähm mustert und traumhaft traumhaft diese Socken werde ich machen für entweder meine Mama oder meine Schwägerin die haben beide die gleichen Schuhgröße Schuhgröße das ist die Wolle gewickelt wie gesagt selbstgefärbt und so sieht das dann aus angestrickt toll ne ich find's toll und die Fersen werde ich natürlich in diesem Ton machen weil das auch da drin ist Fersen und Spitzen ich äh übrigens ähm die Elli sagt ja auch immer mit diesen verschränkten ich mach das immer ich mach immer mein Bündchen mit verschränkten Maschen weil ich das ich finde das sieht einfach schöner aus wie normales Bündchen ja ich mach das auch immer genau und ich freue mich die jetzt schon weiter zu stricken der siehste Daryl die werden klasse dann habe ich äh natürlich dieses Mal äh mal wieder einen Zickzackschal für mich dieses Mal bleibt er bei mir dieser Zickzackschal ne habe ich wieder angefangen habe ich wieder angefangen dieses Mal nur für mich nur für mich boah die Farben sind so langweilig hier in der Kamera also ich hoffe das ändert sich wenn ich jetzt ein bisschen verarbeite also es ist viel farbiger auf jeden Fall auf jeden Fall ähm wirklich also stricke ich wieder mit meinen normalen äh wie heißen die Adilang ich weiß es nie ne ich behalte diesen Namen einfach nicht Baby Alpaka oder so genau und stricken tue ich das auf meinen neuen Chaguz 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 oder so heißen die chinesischen Dinger die Marco ähm ausprobiert hat und dann muss die Sonne das natürlich auch ausprobieren und was soll ich sagen ich finde sie gut ich finde sie sogar besser wie die ähm wie heißen die jetzt na wie heißen die denn jetzt das sind Chaguz und das andere das sind die Hayahaya genau ich finde sie sogar besser wie die Hayahayas muss ich echt sagen erstens sind sie nicht so spitz zweitens ist das Seil ganz elastig was sehr angenehm ist beim stricken ja ja und der Übergang ist auch sehr wohltuend obwohl der Übergang bei den Hayahayas gefällt mir ja auch also das was was mir bei den Hayahayas gefällt ist dass die Dinger sich mitdrehen das machen die hier nicht aber es macht nichts weil das Seil nicht so steif ist das heißt es verdreht also wie soll ich das sagen es versteift sich nicht so wie die anderen Seile aber mir passen die Spitzen besser weil ich halt anders stricke als ihr ich stricke die französische Variation und da drückt man mit dem Finger immer nach und wenn ich viel mit den Hayahayas stricke habe ich später Löscher in den in den Fingern wenn ich da viel stricke dann ich habe den letzten Zickzack Schal da musste ich ein bisschen Gas geben weil der sollte ja fertig sein für Weihnachten und da hatte ich echt ein Loch im Finger ich hatte echt ein Loch da musste ich häkeln da hatte ich echt ein Loch im Finger so ich glaube das war's was ich euch erzählen wollte es gibt noch einen neuen Kanal habe ich gesehen Marco hat ihn schon ange Marco hat ihn schon angepriesen das ist Wollblabla genau genau und die Moon Cherry oder so mhm habe ich mir auch schon angesehen genau wenn ihr Bock drauf habt bei Wollblabla geht es echt nur um Handarbeit also die macht nicht so viel Blabla wie wir ne so um wir bradeln ja mehr so ne aber aber vielleicht ändert sich das ja auch noch bei Wollblabla aber am Anfang habe ich auch mehr habe ich auch noch nicht so viel erzählt ich glaube wenn man bis warm ist erzählt man mehr ne genau ja und danke nochmal alle ganz schön für die schönen Glückwünsche also die guten Neujahrswünsche ich konnte nicht ich hatte echt keinen Bock ich lag nur hier auf der Couch über dem Bett aber jetzt bin ich wieder fit ne ich bin wieder fit die Stimme will noch nicht so richtig deshalb trinke ich jetzt noch ein Schlückchen genau und ja das war es für heute ich wünsche euch wirklich nur das Beste nehmt euch keine Vorsätze bringt eh nichts ihr haltet sie nicht ein lebt euer Leben macht was euch Spaß macht und alles andere unwichtig sehr unwichtig genau ich grüße jeden von euch da draußen und ich wünsche euch viel Spaß wenn ihr Bock habt auf Socken stricken kommt vorbei Socks in the Box ich werde euch den Link hier unten in die Infobox reinsetzen wenn ihr darauf Bock habt und ja vielleicht sehen wir uns da und ihr stricken mit uns Zocken wenn ihr Bock drauf habt ne genau und jetzt wünsche ich euch was viel Spaß mit dem Rest der Woche am Montag geht für mich die Schuhe los ich genieße diese Woche noch mit nichts tun ja und dann geht's los und ich wünsche euch was und wir sehen uns wie gesagt bleiben wir gesund und wunder dass wir uns das nächste Mal alle gesund wiedersehen tschau tschau tschau